Zuhause ist es am schönsten, Jungs, und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Zeigen wir den Klappergestellen, dass Camino nicht auf ungebetene Gäste steht. Los, los, los! Na schön, ihr faulen Shanks. Wir wollen den General doch nicht aufhalten, oder? Reist euch zusammen und trumpelt los, als hättet ihr ein Ziel vor Augen. Vorwärts! Aufpassen! Auf diese Blechbecken schießen! Besser, ich mache das. Es wird immer etwas Schamter. Wir müssen den Windrider! Aufpassen! Vorsichtig bleiben! Dieser ganze Shirt... Wir müssen eine Menge Lärm machen. Keine Lärm machen! Wir haben eine Arge! Achtung, die Doiden haben einen neuen Angriffskurs! Für Klonkrieger, wir müssen eine Fölle der Regis auszuschalten! Achtung, die Doiden haben einen neuen Angriffskurs! Achtung, die Doiden haben einen neuen Angriffskurs! Mit den Sprengrenatten einen Weg freimachen! Verdammter Kopfgeldjäger! Verkackt! Greif dir mit allem an, was ihr habt! Verdammter Kopfgeldjäger! Ich bin Dank der Nacht. Darf Maul ist hier. Schon besser. Wir erobern Kommandoposten. Mit den Sprengradaten ein Wind freimachen. Kontakt! Aufpassen! Lass, lass, lass! Das sind Troiden! Wir müssen eine Menge Lärm machen. Es ist eine wahre Freude, Deroiden auszuschalten. Bewegung, Bewegung! Kalt neutralisiert! Aufpassen! Wir übernehmen Kommandoposten dort! Kommandoposten erstes, drücken wir uns noch unter der Kontrolle! Wir übernehmen Kommandoposten! Klassen Sie es! Halt auf! Bereitbar. Auf Hellusha gibt es ein Dorf, das schon seit drei Evakuierungen keine Optionen mehr hat. Zivilisten sind weg. Besteckten Medikamente nicht. Und die Separatisten wollen sie haben. Wir brauchen diese Medikamente. Also hört erst auf zu schießen, wenn dieser Dreadnought geschichtet ist. Jetzt bewegt euch. Na schön, ihr faulen Sharks. Wir wollen den General doch nicht aufhalten, oder? Reist euch zusammen und trumpelt los, als hättet ihr ein Ziel vor Augen. Vorwärts! Verwärts! Wir haben Ärger. Es wird immer interessanter. Achte auf neue Zielobjekte, die durch die Verteidigung brechen. Greif sie mit allem an, was ihr habt. Mit den Sprengerlern hast du einen Weg freimachen. Wir haben mit der Eroberung von Kommandokosten entschlossen. Wir müssen einen Weg freimachen. Wir müssen auf neue Zielobjekte, die durch die Verteidigung brechen. Beide zwei. Mach dich auf einen Angehör auf diesen neuen Weg. Kommandokosten, Crash ist verloren. Erledigen wir die Blechbüchsen und sichern die Landeplattform. Wir müssen eine Menge Lärm machen. Verdammter Kopfkirr-Kräger! Kommandokosten, Aurek ist verloren. Das könnte etwas technisch werden, Sir. Ab mit ihnen auf die Dumper! Wir übernehmen die Kontrolle über Kommandokosten, Esk. Achtung, die Doiden haben einen neuen Angriffskurs. Aufpassen! Aufpassen! Es geht los! Das ist der Ballon! Sie ist erwartet. Dank Programme geladen. Ein SIF-Load hat sich uns eingeschlossen. Maul ist hier. Ich schau mal die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Sie hat eine Aufmerksamkeit. Sie hat ein Ablager. Sie hat eine Aufmerksamkeit. Sie hat eine Ablagerung. Ist das eine Fiend? Löscht die Klone aus. Granate auf den Weg. Alle Einheiten anstacken. Jagenprogramme geladen. Granate. Die Republik stört wieder einmal unsere Operationen. Die daraus resultierende Situation könnte eine diplomatische Lösung erfordern. Wahrscheinlicher ist aber die komplette Vernichtung Ihres Schiffs. Die Kommandoposten, danach greifen wir den Zerstörer der Republik im Orbeck an. Das ist ein Schiff. Die Erfreundetienung werden die Mitte des Lebens. Wir müssen also eineDuress zusammenkommen. Das ist eine deiner Beizung. Die Amendment. Das ist eine der Argument addition. Geil und der Gründe zu können. Der Gründe wohl auch. Erschätzung, was ist das? Der Gründe ist für die Zerstörer der Gründe? Der Gründe schreit. Die Gründe schreit. Der Gründe ist ein Schiff. Der Gründe ist für den Gründe. Der Gründe ist nochmals eine Chance. Die Störer der Gründe ist für die Schlange. Der Gründe ist für die Fläche. Ich bin hier voraus. Ich bin hier nah. Freudenangriff. Geklauen. Halt los! Granate. Die EpoB übernimmt die Kontrolle über Kommando. Granate. Auf dem Weg. General Grievous ist hier. Entdeck kommen wir unsere Rache. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Schreit! Fliegt ihr Narren! Du gehörst mir. Du gehörst mir. Ha. Kämpfstet weiter, fürchtet euch. Nehmt euch in Acht. Leidet. Einziehen. Ich spüre eure Angst. Du hältst dich für stark, hm? Schreit. Kein Leid will ich dir zufügen. So besorgt. Ah! 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 Ah!